Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich kann jetzt nicht stehen bleiben. Das ist die Summe. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DayZ Plus Season 2. Äh, es geht gerade nicht, wenn ich mich nicht ausloggen kann. Oder? Oh, da etwa nicht. Oder? Er kommt zur Play Play 3. Nein. Nur nicht zum Bluten bringen, ne Scheiße. Fucker Zombies. Wo rennst du hin? Also Supermax sollte leer sein. Okay. Warst du auch im roten Haus? Ähm, nein. Da gibt's Trinken ohne Ende. Ich hab Trinken dabei ohne Ende. Ich bin voll. Da lag da noch Munition-Clip hier. Makarov Meck, komm nimm mal mit. Ey, mir ist kein Zombie gefolgt, hör mal fett. Amal nice und so, oder? Ja. Sogleich wie nicht ganz viel Spiele haben, nein. Fuck man. Oh ja. Sind wieder alle da. Die vorhin drin waren. Komm, ich hab immer vier Bandagen. Ah, ein Pfeil. Gott sei Dank. Eine Uhr haben wir schon. Wo bist du denn schon? Komm, MV3. MV3 gleich. Komm, die 20 Minuten, ey. Jetzt sind's sowieso nur 16. Da da da. Da 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 da. Jetzt mit dem Max aus. Wie mit dem Max? Ja, hat er Bock auf MV3? Welcher Max? Dein Max oder mein Max? Ja, Max. Wo bist denn du überhaupt? Ich bin Richtung Sterigland. Also der Stromtrasse entlang. Jo. Und ich hab mich im Wald gelockt. Okay, dann äh... komm ich noch. Auf welcher Höhe ungefähr beim Wald? Weißt du nicht. Ähm, ziemlich. Also ich weiß gar nicht. 100 Meter. Wie viel Uhr haben wir? 9 Uhr. Abends oder morgens? Es wird nämlich ziemlich dunkel gerade. Warte, im Osten geht die Sonne auf. Ich lauf nach Osten. Die sollte eigentlich aufgehen. Oh, ihr verkackten Fucker-Zombies. Weg. Verschwindet. Drei Stück, ey. Hast du dich in der Nähe von so einem umzäunten Gebiet ausgelockt? So eine Steinmauer, oder? Ähm... Nee, eigentlich im Wald. Ich bin reingegangen. Ähm... Also geh einfach auf 80 Grad in den Kompass und lauf ein Stück in den Wald rein. Naja... Ich lauf gerade 90 Grad. Also direkt nach Osten. So, die Tanne hier sieht gemütlich und kuschelig aus. Dann... Sag ich mal... Bis zur nächsten Folge. Ciao. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ Plus. Ich bin Echanorus Airstrip. Oh ja, Season 4, Leute. Season 4, for the win. Wir mussten jetzt... In DayZ Plus. Da spielt es ein bisschen laut. Ich hab roten Ping. Wo ist ein Airstrip? Airstrip? Ah, Airstrip. Das ist das, ähm... Wallota? Ja, blablablabla. Genau. Ich komme zu... Ich eile. Ich komme zu dir gerannt. Oder? Ja... Caneros? Wollen wir Caneros? Also es sind... Ziemlich viele Leute hier online. Wie ihr seht... Ja, wer sind Sie? Ich bin im Krankenhaus. What? Und es regnet wieder. So wie immer. Was sagst du? Campen. Sniper Season. Wieso habe ich eigentlich eine Waffe? Ein Haar... Alter, ich habe einen Kompass. Ich habe eine Map. Ja, ja, ich auch. Ich sehe mich auf der Map. Alles, ey. Der Kompass ist mal wieder riesig. Größer als mein Charakter. Oh mein Gott. Okay, du kommst also zu mir, Nachbar Lothar. Ich versuche es. Blablabla. Okay, dann, äh... Gehen wir aufs Flugfeld. Ja, gehen wir aufs Flugfeld. Ein bisschen... Flugfeld. Flugfeld ist immer gut. Warte, ich bin... Ja, ich bin östlich vom Flugfeld. Nananana. Nananana. Die Zeit läuft! Da hinten ist die Tankstelle, genau. Ja, und was gibt's Neues zu verkünden? Wir haben jetzt eine Zeit lang wieder nicht DayZ gespielt. An der Stelle, wo wir uns letztens befunden haben. Am Green Mountain. Oder... Da war ich so ungefähr. Richtung Stary orientiert. Ja, Richtung Stary. Ähm... Ja... Wir... Der Server ist grad nicht on. Deswegen mussten wir uns jetzt einen Ausweichserver aussuchen. Und ja, da haben wir uns dann so gedacht, warum nicht mal einen, wo 33 Spiele online sind? Ein bisschen Spaß haben und so. Also ist es jetzt richtig klug, gleich am Anfang mitten aufs südliche Airfield zu gehen? Klar. Natürlich. Davindar... Was killed. Ich hab ne Sau gefunden, aber ich hab noch kein... Huntingknife hab ich noch nicht. Aber ich hab ne... 1911... Du bist ne geile Sau. Oh ja, das bin ich. Ähm... Hm... Oh ja, was ich lesen hab, ähm... Es soll jetzt auch Waldkircher geben. Ja, das hab ich auch schon gelesen. Genau. Und die Machete. Genau, es gibt jetzt ein paar neue Sachen. Machete, Pfeilköcher. Was sie mit der Zombie-KI gemacht haben, die haben sie glaube ich auch verbessert. Ich weiß aber nicht, was sie unter Verbessern verstehen. Warte. Solange sie immer noch... Solange sie immer noch, aber die KI, solange sie immer noch in den Häusern nicht rennen können, ist alles eigentlich perfekt. Und wenn sie nicht durch Texturen, sprich Bäume durchschauen können, das ist auch noch gut. Zum Abhängen dieser Mongos. Wenn sie eigentlich 5 Meilen weit hören. Das ist auch gut. Hm? 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 Ich hab da grad was gehört. Mitten auf der Straße. Ja, warte mal kurz. Ich hab hier noch... Genau. Soap was killed. Seife! So, ich bin jetzt am... Da hat sich keiner hingelegt. Wo? Da, mitten auf der Straße. Ich weiß ja. Meinst du, flachgelegt wurde er da, oder was? Ja. Oh, ja. Ähm, ich bin grad bei den... Brrrr, was ist denn das? Industriehallen hier am östlichen Ende. Äh, du kommst dann... Du gehst dann erstmal zum Tower rein, oder? Aber ich bin noch weiter entfernt. In dem ja... Werde ich früher... Ja, genau. Ich will kein Zwang an, mein Kleiner. Ich snack dann deine Leiche. Was liegt denn da Feines? Was hast du denn, mein Kleiner? Was liegt denn da Feines? Ne, 1911? Brony Max. Na, 12. Ach so, dein. Schalalalalala. Oh Gott, die Zombies, ey. Ich hab einen Reifen gefunden. Oh, du kannst dich reinsetzen. Kann man damit... Äh, weiterrollen. Aber ich wünsch, man könnte sich so... So selbst so Sachen zusammenbauen, wie in... Dead Space. Nicht eigene Waffen und so, sondern eigene... Oh! Und da hat schon einer geschossen, aber hinten, unten, südlich vom Airfield, bei dem... Stützpunkt da. Was wäre echt mal cool, eigene Waffen zu bauen, in Dayset. Baue ich mir den As-Mutchen mit Schrotflintelaufsatz. Genau, wie... Sniper mit Schrotflintel. Was jeder braucht. Ja, das ist ja auch... Ist ja auch ein geiler Mix. Und... Es gibt Katzen. Was? War das ein Huhn? Da bollert einer mit einer M14 oder M16 rum. Auch... Könnte auch eine AK sein. Naja... Ich lass dich davon nicht abhalten. Von der Marsch. Nein! Fuck, Sackgasse. Scheiße. Ich werde sterben, oder? Eventuell... Eventuell... Natürlich blut er. Hast du keine Waffe? Ich will nicht schießen. Ich will eh schon vor die tausend Zombies. Ach, du wirst nicht schießen? Was? Warum wirst du denn nicht schießen? Wir sind noch grad ist gespawnt. Da geht's am Anfang. Da bist du... Was? Wundersteht ihr? Lala! Dahinten hat grad einer rumgeballert. Ja, dann schießt zurück. Aber die Büsche sind meine Freunde. Ich bin der Busch. Wie gehen wir nochmal die Rolle? Was? Wie, die Rolle vorwärts. Doppel W und dann V. Ihr kriegt mich... Wie kann man denn noch rollen? Warte? Ich bin der Stealth-Schwarze. Ne. Ich werde eins mit meiner Umgebung. Vor allem wenn es nachtig bleibt. Hm? Ein Huntingknife? Da können wir die Sauschlachten, die wir vorhin gefunden haben. Hm, da liegt ne Waschmaschine. Könnten wir die gebrauchen? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Äh. Alter. Was geht das jetzt zum Leben? Gibt's ja nicht. Hm. Sie finden dein Popo so knusperig. Sie wollen einmal kräftig reinbeißen. Hm? Das ist ein Boot. Bestimmt ohne Benzin. Jetski. Ein Jetski, was? Es ist so klein. Ich bin ein Zombie. Sie schießt mich nicht ab. Ich hab die Kackfunktion. Wird die Kackfunktion? Nein. Nein. Keine Heli-Krash? Oh. Oh. Ja, im Mitte des Tschernogorsk. Also hier im Süden wohl kaum. Boah, ich finde die Ecke da hinten links nicht mehr ganz geheuer. Ich könnte ruhig mal aufstehen. Hier ist ja kein Schwein. Na na na. Na. Und jetzt werde ich's gleich mit meinem Leben bezahlen, dass ich aufgestanden bin. ein Laufflusser Garte. Lauf! Lauf! Small Boat. Es ist voll gefüllt. Das ist ein kleines Schaluppi. Das jetzt dahintren. Ach das sieht geil aus. Das ist aber leider leer. No. Wie so ein kleines Schwan im Boot. Was ist denn nun hier jetzt schon? Hast du einen Benzinkanister? Äh, nö. Ich könnte aber einen finden. Wo genau bist du denn? Auf welcher Höhe? Ich bin gleich bei Lothar. Direkt unter Kamenka. Oder Komarowo. Bist du schon an dem Indus? Bist du noch nicht an dem Indus? Bist du schon, äh, Spawn vorbei? An dem großen, am Wasser. Nein, ich bin an dem Berg. Am Wasser? Der Wasser Spawn. Ey, ich dachte, es ist geil aus. Sieht das geil aus. Eine kleine Schuluppie. Schwingen dein Ruder, du Luder. Und hol ich dich ab. Ich muss zwei, drei Setzen. Liebe, Mann. Ne, was? Was? Nein. Du Schlingel. Was liegt denn hier am Boden? Uh, nichts. Nur eine kleine Grenade. Kann man jetzt eigentlich das Hunting Knife als Nächte hier nehmen? Nö. Fuck, hier gibt's nur einen Reifen und... Äh, jetzt braucht man eine Tank Trap. Hm. Nö. Nö. Soll ich in die Hangaren reinschauen? Schau rein. Ich bin... Ich bin... Mein bevorzugtes Fortbewegungsmittel ist immer noch Waschmaschine. Waschmaschine? Ja, die vom MacGyver. Uh. Ein Makarov-Mac. Ich hab zwar eine M1911, aber... Oh, bin ich böse. Scheiß jemand da. Was ist denn das hier für ein Fail? Kommt man da durch? Nö. Hm. Na, na toll. Schritt. Was suchen die? Was schreiben die da unten? Nierkamp Galova, no. But maybe I will sit there too. Till now. Oder? Ich glaube, ich ziehe das Industrial. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, ich hab was angelockt. Äh, ist eine PDW besser als eine... M1911? Ich glaube nicht. Lauter. Ja. Also schätze ich mal. Ich weiß jetzt nicht. Hm. Und was ich auch gelesen hab, dass die... Der Z-Community ein bisschen verärgert ist, weil sie neue Getränke eingeführt haben, wie... Ähm... Mountain Duke Soda. Nein, eben nicht sowas realistisches. Die heißen irgendwie... Ich trinke Mountain Duke Soda. Die heißen irgendwie... Ähm... Du siehst mich nicht. Who is in the school? What school? Ja. Was ist das? In Pritt-Groddki. Da geht's jetzt halt die Party ab. Aber wir sind nicht eingeladen. Kalum. Was? Also sieht der Typ aus War Cry 3. Kalum. Kalum. Ähm... Kalum. Kalum. Was killt? Don't shoot, please. Ja, von wegen. Der wurde schon vorher gekillt. Friendly. Ja. So, ich... Ich geh jetzt in den Tower. Wo bist du? Äh... Industrial bei Balota. Balota schon? Oh. Glaube ich zumindest. Sieht so aus. Äh... Erst kommt Industrial bei Komarowo. Guck mal, ich hab hier was gefunden. Ich hab ne M1911. Uh, da liegt ne M1911. Hm, ich kann mich nicht entscheiden. Smoke Grenade ist immer gut. Ich hab jetzt schon drei. In drei verschiedenen Sorten. Ne, zweimal grün, oder? Ich hack gerne ne Grüne. Ne, zweimal weiß, einmal rot. Dann sag ich dich gerne ne Rode. Die ist so schick. Alter, G17, Merk. Ich nehme mich mal mit. Ich hab kein... Ich hab keinen Rucksack. So, ne, scheiße. So, jetzt... Jetzt sammle ich alle Granaten, die es hier gibt. So, ich hab jetzt fünf Rauchgranaten. Was anderes bohnt hier anscheinend nicht. Cool. Na komm. Na komm. Lässt du mich die Leider runter gehen. Bin ich eigentlich im Global Chat? Wart mal. Nein, nein. Ich will nichts schreiben. Wie kann man denn den Global Chat... Punkt komme? Ja, irgendwie sowas. Das Rotor... Ja. Rotor... Rotorblatt. Ein blättiger Rotor. Ho. Zwei Rotorblätter. Was siehst du mal? Na komm, geh da durch. Weil es nicht alles gibt. Ja, genau. Ich steh auf. Ach, ja. Also, du denkst, du bist schon... bei Balota. Hab ich Peinkel das zu wollen? Ha. Hab mir alles. Sollen wir gen... Windy Mountain gehen? Eventuell werde ich eh sterben. Oder? Genau wie Soap wird's dir gehen. What the fuck? Ich will jetzt noch einen Leinen handeln. Alter. Ich brauche einen Blood Pack. Toolbox. Hat das Zombie da links gerade mich gesehen? Oder willst du mich verarschen? Ne, da ist gerade irgendjemand anders rechts links vorbeigerannt, oder? Ähm... Shure Tank Parts? Interesse? Ne Axt? Ach, es hört sich gut an. Bring mal mit. Ah, Cherry Can. Jetzt kannst du das Boot auffällen gehen. Was soll ich? Was bringt es uns? Wir haben eine kleine Schaluppe. Spiel mal Captain Blaubeer, oder was? Klar. Ah ja, ich nehm's einfach mal mit. Was wir in Auto finden. Kleines motherfucking Zombie. Ähm, ich bin nördlich von Balota. Drück mal kurz Karte. Und schau nach, wo du bist. Bitte. Wenn du Zeit hast. Warte, nein. Geht nicht. Wieso nicht. Wieso nicht? Wow, Spieler. Wo? Bei mir. Ah, na? Ja, unmäßig tot. Sicher. Wo bist du denn? Ach, fick dich doch. Wo warst du denn? Ähm, am Industrial. An welchem? Ja, von Komarowo oder Kamenka. Ah, Richtung Tieren. Sag mir erst mal, wo du neu spawnst. Sag mir erst mal, wo du neu spawnst. Und da schießt einer. Riesst du? Nee, nee, nee. Hallo? Kann ich aborten? Irgendjemand hat hinter mir grad geballert. Aber es ist mir scheißegal. Ich renne einfach weiter. Aber ich hab eine Information, die er nicht hat. Ich weiß, wo die Stimme ist. Was weißt du? Deine Stimme leckt wieder so übelst. Deine Stimme bespielt. Sag's halt nochmal. Sag's halt bitte nochmal. Ich weiß, wo die Schaluppi steht. Schaluppi? Das weißt ja nicht. Ja, wow. Die sieht doch jeder, wenn sie mitten auf dem Meer steht. Nein, die ist ein Schiff gepackt. Wo bist du denn jetzt gespawnt? Komm, Haro, wo? Schon wieder? Er war direkt neben dem Industrie. Da wurde er dich halt abgeschossen, ne? Ja. Nee. Doch. Rache ist Blutwurst. Ja, den zerlege ich. Soll ich dir helfen, oder? Nur weil ich nachladen musste, ja? Ja, und er nicht, oder wie? Nein. Dann hast du wohl nicht... Ich hab auf Zombies... Ich hab auf Zombies geschossen, da kam er. Aha. Ja. Wo rennst denn du? Gerade am Strand, oder? Am Strand. Rechts mir ballert einer. Was war das für ein Industrial? War das so ein Steg, so ein... Das war mehr. So ein Betonsteg. Ja. So ein fetter Kai. Ja, mit so überdachten... Ja, okay, da... Ich seh da schon ein Gebäude. Ja, warte, ich renne da zu rein. Wacht mit, Rana. Der ist in Richtung Balote unterwegs. Mega. Dann geh ich trotzdem weg. Da liegen zwei Leichen. Ah, er wurde gefistet. Ist ja gut. Binde ich es ja... Ähm, wenn du... Wo bist denn du gerade? In dem Ding da drin. Wo genau? Bist du bei Komarowo südlich bei dem Industrial drin? Ja. Auf dem Steg oben, warst du das? Nee. Da ist einer, wenn du von Richtung Osten kommst, kann man doch bei der Eisenbahn da diesen Steg hochgehen. Da wo so Treppen hochführen. Da ist einer oben. Den... Ich seh ihn gerade nicht mehr. Und wir sind bei 20 Minuten. Und wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, let's play DayZ plus Season 4 together. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, servus. Tschüss. Tschüss.